Fünfzehntes Türchen Duschen Ob ihr zusammen seid, also Liebe und so? Nein, schleuderte Ehe entgegen. Oh, sorry, es sah nur so aus. Du magst ihn, oder? Angewidert wich Malfoy von ihr zurück. Wie bitte? fragte er erneut. Also doch, ich glaube, du hast gute Chancen. Ich stehe nicht auf Potter, entrüstete er sich. Ist klar. Naja, trotzdem mag er dich. Ich habe euch zugesehen, wie er miteinander umgeht. Er steht total auf dich. Ach, und das weißt du, weil du ihn so gut kennst? Anne wirkte nun etwas zurückgeschreckt und verunsichert. Sie wollte doch nur nett sein. Nein, aber man merkt so etwas. Ach ja, ich merke gar nichts. Wütend stapfte er von ihr weg. Anne fühlte sich schlecht, dabei hatte sie doch gar nichts gemacht. Was ist los? Wir gehen jetzt. Ähm, okay, aber erst müssen wir duschen. Was auch immer, beeilig gefälligst. Harry sah verdattert zu ihm hoch. Er sich aufrappelte und sich bemühte, Malfoy einzuholen. Anne war dabei wieder in ihr Häuschen verschwunden, nachdem sie die Besen wieder eingeschlossen hatte. Kaum waren Malfoy und Harry durch die Schwelle des Duschhauses geschritten, riss der Blonde ungestüm an seiner Kleidung und pfefferte sie auf den Boden. Was ist mit dir? Warum bist du plötzlich so sauer? Fragte Harry nun ebenfalls etwas angenervt. Malfoys Laune steckte ihn an. Na wegen? Nichts. Lass mich in Ruhe. Harry zog sich ebenfalls ärgerlich aus. Malfoy stieg in die große Gemeinschaftsdusche und begann, das zur Verfügung gestellte Duschgel auf seine Hand zu häufen. Harry kam nicht darum herum zu gaffen. Warum musste der andere auch so einen heißen Körper haben? Dampf stieg auf, als das heiße Wasser auf die kalten Fliesen traf. Malfoy begann sich einzuschäumen, während Harry immer noch bloß dastand und glotzte. Kloppe zu, es zieht. Ertappt drehte Harry sich mit dem Rücken zu ihm und fing nun ebenfalls mit Duschen an. Woher kennst du sie? Kam es plötzlich aus heiterem Himmel von Malfoy. Wen? Stell dich nicht dumm, diese Anne. Oh, ich hab sie im Hotel getroffen. Malfoy schnappte. Er glaubte ihm kein Wort. Auf einmal spürte er Harrys Hand auf seiner Schulter. Ruckartig drehte er sich zu ihm um. Was? Warum bist du so, so gemein? Malfoy wollte ihm etwas Böses entgegenzischen, doch er verfiel für einen Moment zu lang in Harrys grüne Augen. Nein, er durfte nicht so lange dort hineinsehen. Sein Blick wanderte krampfhaft weiter runter. Doch das war ein schlimmerer Fehler. Harrys Hals war so schön. Harrys Brust, seine Nippel, sein Bauch, sein... Er kniff die Augen zusammen. Er benahm sich nicht gut erzogen. Kloppe zu, es zieht. Kommentierte Harry trocken. Oh, fick dich. Harry grinste. Er kam näher und schwupps lagen seine Lippen auch schon auf Malfoy's. Er musste sich von Potter lösen. Dieses Gefühl überschwemmte ihn mehr als das Wasser, das aus der Dusche kam. Schwach versuchte er, Harry wegzudrücken, berührte dadurch aber versehentlich seine Nippel und stöhnte erregt in Harrys Mund, als er merkte, wie hart diese waren. Bei Salazar. Harry, die Atmosphäre, das Wasser. Alles war so heiß. So... erregend. Er spürte sein Glied, wie es sich versteifte. Harrys Zunge bahnte sich ihren Weg in seinen Mund. Auch Harry hatte mittlerweile eine Erektion. Willst du es wirklich tun? Hier? Dabei hatten wir doch erst gestern, sagte Malfoy, doch seine Stimme brach am Ende. Harry hatte sich auf den Boden gekniet. Malfoy hatte böse Vorahnung. Nein, keuchte er. Bitte nicht. Ich kann das nicht. Harry biss sich auf die Unterlippe. Aber gestern konntest du. Malfoy antwortete darauf nicht. Es war unvernünftig. Er hätte schon gestern aufhören sollen. Dunkel erinnerte er sich an ein Gespräch vor einigen Jahren zwischen ihm und Blaze im Gemeinschaftsraum. Habe nie Sex mit einer Person, von der du nicht sicher weißt, was du für sie empfindest. Das hatte Blaze gesagt. Und er hatte gelacht und gemeint, die Mädchen wären ihm alle egal. Er wollte nur Sex. Und das wusste sowohl er als auch sie. Nun hatte er den Salat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.